Die Band ist arsch, das Wetter ist arsch, das Wetter ist wohl auch nicht viel. Wir sind jetzt ca. 200 Kilometer vor und rennen wir uns. Wie geht's dann? Super geht's mal. Cool. Ja, Mama, mir geht's gut, danke. Und ich bin mit der Hand wieder. Wir sind eine Stunde vor Berlin. Wahnsinn, Leute. Tja, Pau, meine Paule. Mensch, wie geil. Ein Kilometer müssen wir drücken. Das war die Videos. Ja, ich habe. Das war die Videos. Es ist sehr interessant. Was denkst du daran? Ich mag es wirklich, wie es geschaut wurde. Und die Geschichte hinter der Geschichte. Cool. Ihr werdet euch jetzt explodieren. Und ich denke wirklich, dass alle hier hier diesen Raum sehen sollten, weil sie und die Junkies werden... das machen. Ich bin hier in diesem schönen Park in Berlin. Volkspark, glaube ich. Volkspark. Ja. All right. Next to me ist Mr. Christian Eribauer. Cool. Hallo. Hi. Hi. The interesting aspect of She and the Junkies was that they do that with a very sort of new age, different synthy almost feel. Cool. And you rocked it. Like you always gave it everything you had. Every single thing you had. So that means you've seen She and the Junkies live, I think, not only once. Many times. Many times. I've been there for the practice sessions, where I've been there for the development of a new song. I don't know if you ever really released it or its name. So I have definitely seen you and your growth live on stage and it's awesome. All right. We love you. That's cool. Hi guys. Hi guys. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020